So rechts, schöne Aussicht, wenn wir das mit drauf haben, aber keine Schwenkkamera, leider. Leider, leider. Jetzt nicht mehr. Jetzt fahren wir Audi A1. Geht aber gut. Kev heißt das hier. Da ist jetzt ein Dieselmotor drin vorne. Von Sixt, diese Leihfirma. Über eine ADAC, weil meine Gokko-Karre in Arsch ist. Und dann fahre ich jetzt nach Hause damit. Da kriegen sie 52 Euro pro Tag für den Norden. Muss man sich mal vorstellen. Ist nicht viel. Und Kilometer frei und springt muss nur wieder auf. Aber das ist jetzt ein Diesel. Das ist vernünftig. Beim letzten Mal hatte ich einen anderen. Da hatte ich einen Ford Fiesta. Der war gar nicht mal so sparsam. Mal sehen, wie dieser wird. Gut, alles super hier. Und tschüss.